Hallo und Willkommen zurück. Sie haben ein paar Skelette getötet, geschieht Ihnen auch recht. Mann! Ich hasse es so. Warum muss da eine Armee fisch sein? Okay, ich hab ihr gesagt, das werde ich bald abbauen. Weil es keinen Sinn ergab. Was bitte soll ich da hinbauen? Okay! Da passt diese Musik nicht mehr dazu. Da muss ich eine andere Musik holen. Ach, Jemine. Das wird nicht gut. Entschuldige, wenn die Musik etwas zu laut ist. Auf geht's! Ja! Ja! Er halten! Yes! Ja! Geschafft! Okay, lass die Musik noch etwas laufen. Vielleicht finde ich ja noch zum Paget, ja. Ja! 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 Ich glaub, das waren wohl alle. Okay, dann wieder Musikwechsel. Bring uns jetzt einmal für kurze Zeit eine epische Musik. Ähm, ja, okay, jetzt aber zurück zu Minecraft. Puh, was sagt man dazu? Ich habe jede Menge Enderperlen erhalten. Pfandfrage, wie aktiviert man das Hilfe-Menü, damit man weiß, was wozu verwendet wird? Ich gebe zu, ein paar bisschen Hilfe brauche sogar ich. Oh man, Deja Vu-Erlebnis. Jedenfalls, ja, also das war jetzt aber ein schneller Kampf. Die waren gar nicht so stark. Heh, that wasn't a fight. Seltsam, Essensgeräusche sind auf einmal verstummt. Naja, was soll's. Hm, gut, ich werde mein Diamantschwert behalten. Ich brauche meine Diamantschwert, okay. Vielleicht, ja, tausche ich damit ein. So, tausche ich ein und rein damit. Ach, was soll's. Okay, holen wir uns das Obsidian. Auf geht's! Endlich, das Portal! Es war eine lange oder schwierige Reise. Ähm, nein, nicht wirklich. Endlich fängt Kapitel 2 von Minecraft an. Okay, ähm, weisst du was? Ich frage es nicht gerne, wenn es... wenn mir etwas... wenn mir nahe ins Gesicht kommt, okay? Also, äh, ja, danke. Also, äh, ja, danke. Nutzersicherheit! Miep! Puh! Ja, keine Ahnung, wann es... wenn es... wann ich es fertig abgebaut habe. Aber was soll's. So habe ich es halt eben auch in der Xbox-Edition gemacht. Einfach abbauen! Und hoffen, dass es endlich abgebaut wird. Ja! Ja! Und das Wasser hat auch das... Glück! 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 Ah! Ich ertrünke! Nein, nicht wirklich! Hey! Noch mehr Obsidian! Mist! Ah! Mist! Ah! Aber egal, jetzt hat's aber... ...gefuckt. Gut, wenn ich jetzt noch ganz schnell die G-Taste drücken kann... Ja, wir bauen es ab, wir bauen es ab, ja. Ist das schon ein Idiot? Ja, sieht mir nicht so aus. Nein, das sind N-Bettruck-Partikel, glaube ich. Lass mich kurz überlegen, wie das Portal war. Ihr braucht mindestens 10 Blöcke. Und wenn ich das hin tue, natürlich weiß ich schon wohin. Ab in den Keller! Mist, ich komme nicht mehr voran. Nein! Oh, zum Glück. Nein, 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 nein. Yes! Geschafft! Eigentlich hätte ich es auch anders machen können. Aber ja, ihr kennt mich ja. Falsche Taste! Das war jetzt feil. Jetzt wollte ich eigentlich weh drücken und ich gehe. Aber da ist mein Finger ausgerutscht. Quack, quack, quack! Ich hoffe, dass das es überleben wird. Ja! Ja! Wenn ich... Ähm... Ja. Nicht nur viel und danach habe ich es geschafft. Dann geht in den Nieder. Ja! Ist das Teil gerade verschwunden? Oder ist das nur so nah am Erdblock? Ja! Es war nur so nah. Okay! Mission erfüllt! Mission accomplished! Also Leute, bis zum nächsten Mal!